...für den typischen Geschmack. Während der Tutank vor sich hin brutzelt, bereitet Jumbo die Burger-Zutaten vor. Das Grünzeug ist nicht unbedingt sein Lieblingstoppik. Zu viel Salat darf auf keinen Fall auf deine Burger sein. Gerade so, man darf ihn erahnen. Dann ist es richtig. Aber so wie du aussiehst, desto mehr Salat wie Burger. Da hab ich mir ja den richtigen ausgesucht. Hier. Ist so dünn, der muss in der Dusche rumrennen, damit er nass wird. Die Erstnacht-Burger sind fertig.